Guten Abend. Als ich eingeladen wurde, hier einen Vortrag zu halten, hieß es, ich soll aus all meinen technischen Themen eins aussuchen, weil die technischen Themen nicht ganz so präsent sein sollten. Bei allem, was heute hier vorgetragen wurde. Indirekt schon, fand ich, aber das ist eine andere Geschichte. Und als ich dann nachgedacht habe, was hast du für technische Themen, die interessant sein könnten, für ein sehr gemischtes Publikum, sind mir so viele eingefallen, dass ich gedacht habe, Moment, du hast ganz viele technische Themen, die verbindet alle eins. Von der Idee bis zum Umsetzen. Was muss da passieren und warum setzen sich so viele Dinge nicht um? Als dann das Thema klar war, kamen so verschiedene Hinweise aus dem Umfeld und unter anderem auch ein Buchtitel von einem Jens-Uwe Mayer, genau zu dem Thema Innovation und was in Deutschland die Innovation so schwierig macht. Und da fühlte ich mich erinnert an Erlebnisse, die wir regelmäßig haben, wenn wir für Kunden Lösungen entwickelt haben. Man sitzt dann da und hat den Leuten die Lösung präsentiert. Man hat sie sogar schon ausprobiert, damit man nicht so im dunklen Feld unterwegs ist. Und zuerst arbeitet man mit den Menschen mal an der technischen Entscheidung. Alles ist begeistert dabei, ganz toll, funktioniert, spannend. Jetzt kommt der Moment, wo der Bulle das Wasser lässt, heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen, was tun wir dann? Und dann sieht man sich um und sieht die große Verlegenheit um sich herum. Da ist keiner mehr, der auf einmal sagt, ja, das machen wir jetzt, sondern das müssen wir jetzt noch aufbereiten. Das müssen wir erst noch klären gehen. Also werden die nächsten Leute ins Boot geholt und nachher sind ganz viele da. Und solange ausreichend Bedenkenträger da sind, braucht ja keiner die Entscheidung treffen. Und das ist die größte Barriere, die ein jeder hat, der eine neue Idee hat und sie umsetzen will. Jetzt müssen wir noch mal zwei Schritte zurückgehen. Wir haben heute, ich weiß nicht, tausendmal das Wort Innovation gehört. Stellen wir mal eine Frage, was ist eine Innovation? Innovation ist für mich etwas grundlegend Neues oder zumindest in großen Teilen Neues. Nicht eine Weiterentwickeln um 5%. Kleine Anekdote dazu. Wir haben große Kunden im Kühlerbau. Da gibt es in Europa drei, vier verschiedene Hersteller, die da sehr breit tätig sind. Und die haben meinen Kollegen eingeladen, an einer Verbesserung teilzunehmen. Sie wollten für bestimmte Elektronikkühlungen 5% besser werden. Man hat als erstes die Frage gestellt, für welchen Horizont habt ihr das geplant? Ja, das wird wohl vier bis fünf Jahre dauern. Dann hat er denen gesagt, tut mir leid, da bin ich zu alt dafür. Denn bis ihr damit fertig seid, haben wir was ganz Neues auf dem Markt, das viel mehr kann. Habe ich mir angeschaut, was machen wir normalerweise, habe ich gesagt, ja, hat er recht. Ich habe erst gedacht, eine übertriebene Reaktion. Nein, er hat recht. Denn wir haben damals angefangen mit einem Produkt, das hier den wenigsten was sagen wird. Lötbarer Guss. Guss kann man normalerweise nicht löten. Den muss man verschweißen, verschrauben, bearbeiten, sonst irgendwas. Lötbarer Guss kann ich direkt die Elektronik drauflöten und habe die Kühlung direkt am Teil. So funktionieren heute bei Bombardier-Züge. IGBTs haben einen Hotspot von 400 Grad, kann ich in 0,8 Millisekunden wegbringen, auf 80 Grad runter, passiert der Elektronik nichts. Die Idee ist klasse. Wie dieses Aluman erfunden wurde, da haben Leute angefangen, damit kleine Kühler für BMW zu machen. So klitzekleine Teilchen für nette, süße Ölkühlerchen. Leicht, einfach, beherrschbar. Dann ist man einen Schritt größer gegangen und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, das funktioniert ja gar nicht. Wir haben Ausschuss, wir haben Fehler, wir haben Reklamationen. Und jetzt muss man sich überlegen, wir haben dann eine Technik entwickelt, in der ich dieses Material verarbeiten kann, produktionssicher. Und wir haben trotzdem, obwohl wir das schon 80.000 Mal fehlerfrei bewiesen haben, mit 0 ppm Ausschuss, wie das so schön heißt, haben wir 10 Jahre gebraucht, eine solche Technik zu implementieren. Was soll uns das zeigen? Was zeigt mir das? Mir zeigt das regelmäßig die Enttäuschung, die ich habe, wenn wir Leuten etwas entwickelt haben und dann der Angst gegenüber sitzen, das umsetzen zu wollen oder zu können. Und da zeigen sich ganz verschiedene Dinge. Zum einen große Konzerne. Spannend, da gibt es Leute, die sind damit betraut, das zu betreuen. Teamleiter. Sehr schön. Denkt man im ersten Moment, wäre eine gewisse Entscheidungskompetenz da oder es wäre ein Budget da oder sie hätten die Möglichkeit, eins zu schaffen. Davon muss man sich in den meisten Firmenorganisationen, die man heute hat, in den größeren Unternehmen erst einmal verabschieden. Denn da wird erst einmal nur die Idee gesammelt und dann kommt ein halbes Jahr Zeit. In dem halben Jahr gehen die Leute rum und prüfen erst einmal, können wir das nicht selber, brauchen wir die überhaupt dafür? Das ist mal das Erste. Das Zweite, Risikobetrachtungen. Risikobetrachtungen, die nichts mit der Technik zu tun haben teilweise, aber die müssen da sein. Ganz, ganz wichtig. Kaum jemand dabei, der als allererstes mal die Chance im Markt sieht. Die haben sie ganz selten. Und da brauchen sie eine Firmenstruktur für, die den meisten Unternehmen in Deutschland fehlt. Um mal ganz kurz auf dieses nette Buch von diesem Jens-Uwe Mayer zurückzukommen. Er stellt also fest, durch Befragung leitender Angestellter in deutschen Konzernen, dass 70 Prozent der Unternehmen absolut innovationsfeindlich eingestellt sind. Die Leute, die konform mitgehen, die gewinnen immer das Rennen intern. Jemand, der auf die andere Seite geht, dem wird nicht zugestanden, dass er einen Fehler machen kann. Dem wird auch nicht zugestanden, dass man aus einem Fehler unglaublich viel lernen kann und Erkenntnisse ziehen kann. Dass man aus drei Fehlern vielleicht sogar ein neues Produkt bauen kann. Das wird nicht erkannt. Und das ist heute unser Hauptproblem, das wir haben, den Leuten näher zu bringen, wie sie etwas lösen können. Und wie sie das dann umsetzen im Betrieb. Und dieses Umsetzen ist das größte Problem, das wir haben. Außer diesem Aluman kenne ich einen Haufen Beispiele. Und jetzt bin ich aber mal auf der anderen Seite, ich bin jetzt ein kleiner Erfinder und habe eine schöne Idee gehabt und suche jetzt jemanden, mit dem ich das umsetzen will. Und ich habe eine bahnbrechende Idee. Nicht eine Verbesserung von 5 Prozent oder 10, nein. Einen kleinen Motor entwickelt, den kleinen Motor kann ich ein Boot machen, dann kann ich mit einer Batterie den ganzen Tag spazieren fahren, fahre meine 15 kmh, habe keinen Ärger, sowas gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Falsch, es gibt es. Es gibt es nur nicht auf dem Markt. Hat einen ganz anderen Grund. Hat ein ganz kleines Unternehmen mit acht Personen entwickelt. Der gute Mensch hatte ständig Angst, dass ihm jemand seine Idee klaut. Weil die war so primitiv, so einfach, dass es schon verrückt ist, dass da noch gar keiner drauf gekommen ist. So, ich kam dann dazu und wir haben dann eine Regeltechnik und ein paar Techniken zum Einbau und zur Produktion dazu entwickelt und dann habe ich Leute gesucht, die da Geld hineingeben, damit wir das aufbauen können oder aber eine Firma, die das professionell umsetzt. Schön, da kann man dann auf Bootsmessen gehen, ich weiß nicht was alles. Diese Firma haben wir de facto nicht gefunden. Das Ding hat sich dann zwölf Jahre hingezogen, bis dieser Erfinder gestorben ist. Jetzt kommen die ganzen Geier und jeder will haben. Riesenpotenzial sieht jeder, aber keiner. Setzt sich dahin und fängt an, die Sache umzusetzen. Das ist das Problem, das wir heute haben. Jetzt komme ich zu der Idee und sage, okay, das ist eine schöne Sache. Diese ganze Geschichte ist eine wunderschöne Sache, die möchte ich jetzt umsetzen. Pech gehabt, brauche ich Geld für. Kann ich rumgehen, kann versuchen, Geld zu sammeln, habe ich mein nächstes Problem. Wer gibt mir dafür Geld? Kann ich ein schönes Konzept machen, ich habe aber noch keinen Markt, der erschlossen ist, wo ich Erfahrungen ableiten kann, wo ich eine BWA zeigen kann. Haben wir alles nicht. Ja, wo kriege ich das Geld her? Banken können wir gleich streichen. Kommen wir zum sogenannten Private Activity. Da haben Sie dann genug Leute, die Ihnen sagen, ja prima, machen wir mit Ihnen mit, können Sie mir 18% Gewinn garantieren. Da können Sie doch nur lachen. Vielleicht in drei Jahren, vielleicht in vier Jahren. Sind 18% Gewinn überhaupt anständig ist. Auch mal eine Frage, die man stellen darf. Nach meiner Meinung. So stehen die Leute da und wissen eigentlich nicht, wie sie ihre Erfindung umsetzen können. Gehen wir mal zu der schlimmsten Erfahrung, die ich gemacht habe, mit drei jungen Studenten. Ganz pfiffige Jungs. Die haben damals für den Automobilbereich, ich werde jetzt hier nicht genauer werden, weil ich sonst in ein schwebendes Verfahren eingreife, etwas entwickelt, das einer der führenden deutschen Hersteller für Kraftfahrzeuge nachher bei sich eingebaut hat. Das Dumme ist nur, die Studenten haben davon nie was gesehen, ihr eigener Professor hat sie bestohlen und hat es dahin verkauft. In der Situation müssen Lösungen gefunden werden. Wo kann ich denn jetzt hingehen? Was macht man denn da? Ah, ich kann zum Patentanwalt gehen, der kann mich erst mal schützen, dann kann ich mich auf dem Markt bewegen und kann jedem zeigen, was ich da habe. Kommen wir wieder bei dem anderen Problem an. Wer hat mir denn das Geld dafür? Weil ich muss ja nicht nur ein Patent bezahlen, ich muss erst mal eine Recherche machen. Kann ich das denn überhaupt anmelden? Ist das überhaupt patentfähig? Da sind die 10.000 weg und da sind 10.000 weg und dann kommen nachher noch die ganzen Rechte, die ich anmelden muss. Bevor ich arbeite, bevor ich etwas umsetze, bevor ich überhaupt was in der Hand habe, muss ich schon ein Vermögen ausgegeben haben. Dann sind ja schlaue Politiker auf die Idee gekommen, da schaffen wir Förderprogramme, damit mehr in kleinen Unternehmen und kleinsten Unternehmen umgesetzt wird. Bei ganz einfachen Themen, kleinen Entwicklungen, funktioniert das zwischenzeitlich sehr, sehr gut. Muss man sagen, kann man sich an diesen ZIM-Projekten der Bundesregierung anschauen. Sehr schöne Sache, eine sehr schöne Idee, ein schöner Anfang. Kommen wir wieder zu einem Problem. Jetzt haben Sie das entwickelt. Wunderschön, Sie haben keine Firma. Sie haben eine kleine Werkbank und haben ein tolles Teilchen gebaut, das Sie in den Markt bringen wollen. Sehr schön. Wo haben Sie denn Ihre erste BWA, die Sie für dieses ZIM brauchen? Die haben Sie nicht. Also werden Sie auch wieder darauf angewiesen, Leute zu suchen, die mit Ihnen den Weg gehen. Und das ist das Schwierige. Es gibt ganz wenige, die haben Glück, wenn man sich mal überlegt, im Jahr 1972, 73 ist ein ganz primitiver Zweizylinder-Dieselmotor bereits gelaufen und hat ein Flugzeug angetrieben. Dann hat es ein paar Leute in Kiel gegeben, nachdem das eingestampft worden ist. Die haben gesagt, das ist eine intelligente Lösung. Den bauen wir jetzt weiter. Daraus ist eine Firma namens Neander Motors zum Beispiel geworden. Machen sehr schöne Lösungen. 110 kW, wunderbarer, klitzekleiner Diesel, Zweizylinder, beruhigt sich selber. Tolle Sache. Hat jemand davon schon mal gehört? Die meisten haben noch nichts davon gehört. Obwohl die zwischenzeitlich mit einem Hochleistungsmotorrad, das sie käuflich erwerben können, durch die Gegend fahren. So etwas wird gezielt blockiert. Nächste Geschichte, Kühlung, habe ich mit zu tun, kann ich von erzählen. Mirko Hahnemann hat vielleicht der ein oder andere gelesen, im Zusammenhang mit einer Batterie in einem Auto, wo jemand elektrisch durch ganz Deutschland gefahren ist. Mit Sicherheit. Und dann beim ADAC in der Zeitung steht dann drin, das Ding ist abgebrannt. Ja, der von Bosch aber auch, der jetzt ganz groß bejubelt worden ist, der ja 200 kmh schnell fährt. Aber nur eine Viertelstunde, weil ja die Batteriekapazität nicht reicht. Und so wird dafür gesorgt, dass bestimmte Entwicklungen nicht an den Markt kommen, sondern bei den Großen bleiben. Und in meiner Überzeugung brauchen wir einen Raum, wo die Leute die Ideen haben, die vielleicht schon was fertig gemacht haben, was gebaut haben, das darstellen können, das zeigen können, wo andere hinzukommen und sagen, jawohl, das interessiert mich, das gehe ich mit, das finanziere ich. Und dieser Raum muss in irgendeiner Form rechtssicher gemacht werden. Da gäbe es ganz einfache Instrumente für. Die Bundesregierung hat damals beschlossen, dass wenn wir ja kleine Unternehmen fördern und mittelständische, dann brauchen wir irgendwo eine Organisation, die die mal berät, wo man mit seinen Ideen hingehen kann und wo man sicher sein kann, dass die nicht rumerzählt werden. Sie bleiben da. Bei den kleinen Zimts funktioniert das recht gut, wenn man das mit Zenit hier in Nordrhein-Westfalen macht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern organisiert ist. Auf jeden Fall mit Zenit, das geht relativ gut. Warum kann man nicht hergehen und doch noch einen rechtlichen Mantel drüber schülpen und sagen, okay, hier sitzen die Leute, die was haben, da sitzen Leute mit Geld, die etwas Neues suchen und da Einigungen finden. Das ist das, was nach meiner Überzeugung heute allen fehlt. Denn wir wären um Längen weiter. Wir wären um vieles weiter. Ich habe ja nur ein paar ganz kleine Beispiele erzählt. Gehen wir in die Medizintechnik herein, da wird es einem schlecht. Ich war neulich in einer kleinen Klinik, dort werden Menschen behandelt, in einer sogenannten Prä-Studie. Die haben Krebs, die haben keine Chance mehr, die haben Stadium 4, jeder sagt dem, geht nach Hause, geht zum Sterben. Der gute Mensch behandelt die Menschen. 80% der Menschen leben immer noch, die wollen gar nicht sterben. Bei bestimmten Krebssorten finden sie den Krebs nicht mehr wieder. Die haben kein einziges Medikament zu sich genommen, die sind einfach primitiv behandelt worden. Kann ich Ihnen sehr viel von erzählen, wollte ich erst machen, habe ich mir geschenkt. Können wir vielleicht ein anderes Mal machen, wenn wir noch einen Schritt weiter sind. Weil ich baue die Geräte dafür. Und ich sehe mir regelmäßig an, was da passiert. Und damit kommen sie gar nicht auf den Markt. Sie können nicht auf den Markt. Sie müssen einen großen Mitspieler haben. Allein die Anmeldung zur Zulassung kostet sie 353.000 Euro bei der europäischen Behörde. Möchte ich gerne Hut rumgehen lassen. Jeder sagt, ja, tolle Sache. Aber der Hut wird nicht voll. Und das ist das Problem. Und hier stimmen die Wege nicht, die wir haben. Und daran müssen wir was tun. Und deshalb bin ich dafür, dass wir ganz dringend Räume schaffen, in denen solche Dinge vorgestellt werden, in denen solche Dinge fachgerecht geprüft werden, damit sie auf den Weg gebracht werden. Damit wir was erreichen. Und nicht tottreten lassen. Ich danke Ihnen. Applaus Vielen Dank. Applaus